Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. So, wir hatten beim letzten Mal das wunderschöne Rumgeplöklere wieder mit der Geschichte von wegen mit, ja, wir brauchen wieder einen Mending-Villager. Haben wir jetzt auch wieder. Und wir haben noch drei Mending-Bücher separat für Notfall. Keine Ahnung, für was auch immer wir das noch brauchen würden. Ich hätte schon Ideen, wo wir es definitiv gut gebrauchen könnten. Allerdings sind die noch ein bisschen, glaube ich, weg. Ich müsste, ich wollte ja ein Nether-Rage-Schwert noch haben. Ein zweites für Endermänner speziell. Ich wollte noch, was wollte ich noch haben? Genau, ich wollte den Trident irgendwann nochmal umbauen. Das heißt, da brauchen wir auch nochmal eins. Aber das sollte jetzt alles erstmal wieder kein Problem sein. Denn jetzt haben wir ja wieder eine Quelle. So, auch wenn sie natürlich ein bisschen teuer ist. Ich weiß, ja, ja, ja. 39 Emerald pro Buch, ich weiß, ist teuer. Aber besser als nix. So. Ich würde mal sagen, ich glaube, die Elytra kann keine weiteren Verzauberungen aufnehmen, oder? Ist diese Annahme richtig? Ich denke mal, ja. Wir bräuchten so diese Raketen, ne? Wenn wir jetzt mal so einen Testflugwagen wollen. Mit Gunpowder. Ich glaube, Paper brauchte man. Paper. Genau, das sind schon Firework-Rockets. Duration, Flight Duration 2. Flight Duration 3. Oh. Jetzt habe ich mich hier ein bisschen ver-craftet. Ups. Äh, ja, nun. Ist dann so. Okay, aber jetzt, äh. Denke ich, können wir tatsächlich mal so einen Testflug machen. Dazu lege ich doch mal die Elytras mal an. So. Halleluja. Hey, Testflug. Hey. Das war's schon. So, okay. Reicht. Nein, Spaß. Ähm. Ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich das mal gemacht habe, ey. Man hat eine Rakete in der Hand und dann müsste man eigentlich einfach losstarten, oder? Da, wo man jetzt hinguckt. Theoretisch. Äh. Ja. Guck an. Äh. Tun wir das durch die Leer-Taste drücken. Hui. Geil. War das jetzt eine Einser-Duration? Ich glaube, das war jetzt nur eine Einser-Duration sogar, ne? Wow. Warum sind denn da so viele Endermänner? Shit. Ich habe mir angeguckt. Komm her. Ja, dann in dem Zaun ist auch okay. Okay, aber manchmal... Ich weiß es nicht. Manchmal teleportieren sie sich nicht, wenn sie brennen. Das ist halt mir... Das ist so ein bisschen mir... Irgendwie nicht geheuer. Keine Ahnung. Manchmal geht das, manchmal geht das nicht. So. Irgendwie komisch, dass man... Konnte man sonst nicht auf Elytras auch Protection draufknallen? Ey. Oder bin ich so out of the loop? Das war jetzt Flight-Duration 1. Was passiert, wenn ich jetzt eine mit Flight-Duration 3 nehme? Boostet die mich länger? Ne, tut sie gar nicht. Okay, also Flight-Duration 3 boostet nicht. Nio. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst hier gegen... Kann ich das hier... Ah, okay. Ich kann hier so ein bisschen drehen. Alles klar. Passt. Darf nur nicht irgendwie mit voller Wucht irgendwo gegenfliegen. Da müssen wir drauf achten. Aber ansonsten... Hui. Ja geil. Das heißt, jetzt können wir so theoretisch... Einfach... Durch die Gegend fliegen und Abenteuer haben. Und wenn wir irgendwie einen... Unerwarteten Sturzflug hinlegen... Dann... 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 Dann, dann, dann... Können wir uns ganz leicht... Oder haben wir so gesehen eine Rettung... Am Start. Dass wir dann einfach... Ja, das Totem of Undying... Haben und uns dann retten können. Lass uns mal auf dem Scheunendach landen. Wenn das geht. Ja, das geht. Guck mal. Hui. Wir sind auf dem Scheunendach. So leicht geht das jetzt. Okay. Ähm... Dann packe ich die erstmal wieder... Oh ne, ich möchte dann hier eben noch kurz mal wieder runterfliegen. Fliegen wir mal nach da hinten. Fliegen wir mal hier hin. So. Bitteschön. Nice, nice. Dann können wir das Ding jetzt benutzen. Um einfach mal ein bisschen schneller irgendwie hier durch... Stellen der Welt zu kommen. Wir müssen jetzt immer gucken, dass was halt... Zwischendurch immer mal mit Mending reparieren. Ähm... Dann machen wir eben... Ich packe mal hier... Die packe ich mal weg. Also es reicht, wenn wir... Ähm... Firework Rockets haben mit... Flugduration 1. Weil das macht... So wie ich das jetzt wohl gesehen habe, keinen großen Unterschied. Ob es jetzt 3 ist oder ob es jetzt 1 ist. Ähm... Ich frag mich, äh... Okay, baustellenmäßig muss ich mal kurz... Ich muss mich mal kurz ordnen. Also, was haben wir jetzt baustellenmäßig noch vor? Wir wollen da hinten... Ganz, ganz hinten ja auf jeden Fall mal anfangen irgendwann zu bauen. So, wir haben den Mending-Villager. Wir müssen eigentlich mal diese Folge wieder zum Graben nutzen unten auch, ne? Oder soll ich mal eine, ähm... Erkundungstour mit den Elytras machen? So, ne kleine. Frage ist nur, in welche... Okay, ne kleine Tour wird's dann nicht sein, weil wir sind mit dem Ding halt so ultra schnell unterwegs. Ähm... Ja gut, und die Elytra können wir dann theoretisch immer im Village rüber gehen. Ich hoffe, dass wir nicht so dumm sind, dass uns die Elytra irgendwann inmitten... Irgendeinem Flug dann einfach, ähm... Ja... Abhaut. Schön sieht sich aus. Vor allem... Das Geile ist, die Elytra nimmt ja, äh... Die Texturen... Von Minecraft Capes. Das heißt, dass es eigentlich... Das sieht extra fancy aus bei mir. Loop. Also, so kann man ein Thumbnail machen. Ich weiß nicht, in der Luft ein Thumbnail machen, wenn ich mich dann... Eben drehe, wenn ich weit in der Luft bin vielleicht irgendwie. Wir müssten so ein Thumbnail dafür machen. Mal gucken, wie wir das machen, ohne dass wir irgendwie, äh... Und sie doof anstellen und dann sterben. Ähm... Ich nehm mal... Ja, ich nehm einfach mal hier die ganzen... Alle Raketen mal mit hier. Also die meisten... Ich mein, wir haben diese E dabei mit den Innerchests. Wir haben noch die drei Schulkerboxen dabei. Eigentlich, äh... Wisst ihr, was wir machen? Ich weiß, was wir machen. Wir gehen jetzt erstmal noch nicht buddeln. Ich werde jetzt... Ähm... Ich glaube, ich werde mal was ganz Verrücktes machen. Ich werde jetzt... Mal mir die Emeralds schnappen. Und... Ähm... Wir brauchen mal hier fünf Schulkerboxen. Insgesamt. So. Ähm... Boah, bei sechs. Nehmen wir mal sechs mit. Und wir machen jetzt mal folgendes. Ich geh kurz schlafen. Ich hab die Emeralds dabei. Und ich werde etwas... Wir werden unten nochmal ein bisschen Zeug dalassen. Weil ich möchte nämlich ein... Freies Inventar haben. Wir werden jetzt nämlich mal... Richtig viel Sand holen. Denn ich möchte jetzt die, äh... Honigfarm mal soweit... Erstmal automatisieren. Wir müssen sowieso nochmal gucken, dass wir da, ähm... Eventuell ein bisschen was ändern. Weil, wie gesagt, da ist ja noch diese eine... Dieses eine Problem. Was wir nicht gelöst haben bis jetzt. Das ist da noch präsent. Ich müsste jetzt nur allerdings mal wissen... Die Bücher lasse ich mal hier oben. Die lasse ich mal hier. Diese zwei Sweetberries, die können weg. Den Amboss, den stelle ich wieder hin. Ähm... Genau, die Tür. Wir müssen unten noch das Zeug da fertig bauen. Goldstairs kann ich mal hier lassen. Die Zäune. Ich packe das alles mal schon mal hinne hier. Also wir brauchen zwei Cobblestone für das Reparieren da. Packen wir mal die hier rein. Die Fackeln können wir dabei lassen. So, und mein Plan ist jetzt... Ich will das einfach mal... Ich will das einfach mal probieren. Weil ich möchte jetzt mal die, ähm... Die, ähm... Ich muss das mal kurz im Kopf rechnen. Also wir haben ja Unbreaking 3... Ich denke mal nicht, dass wir fünf Schulkerboxen mit, äh... Der einen... Müssen wir hier mal so ein Starling Pad nochmal klar machen, ne? Dass wir die, äh... Schulkerbox mit einem... Äh... Hier, sag immer schnell... Sag immer schnell... Die Schulkerboxen mit der einen Schaufel vollkriegen. Weil wir brauchen nämlich theoretisch... XP... Auf dem Weg. Verstehe da. Ähm... Und wenn ich jetzt einfach mal hier diese XP-Flaschen kaufe, tatsächlich... Dann haben wir so gesehen ein bisschen, ähm... Schaufel-Repair dabei. Und können dann... Während wir unterwegs sind, die Schaufel da... In der Wüste... Dann auch reparieren. So. Ich muss natürlich in der Hand halten. Das wäre clever. So. Schaufeln wir uns tatsächlich mal mit diesen Enchanting-Bottles hier zu. So. Bitteschön. Die letzten zwei Emeralds... Die können erstmal hier rein. So. Und jetzt, wenn ich die halt auf den Boden schmeiße... Ich müsste dann die, äh... Schaufel hier in diese Secondary legen. Und so kann ich dann die... Schaufel reparieren. Während ich... Am Machen bin von Dingen. So. Okay. Dann brauchen wir jetzt erstmal die Rockets. Ich meine, die Wüsten... Die waren ja... Äh... Richtung dahin, ne? Die müssten in die Richtung gewesen sein. Können wir uns hier richtig mal boosten mit den Rockets. Müsste so ein bisschen mal auch die, äh... Pff. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Machen wir es vielleicht so. Also können wir es richtig geil sehen auch. Juhu. So. Sehr geil. So kann man dadurch auch besser gucken, wenn man durch die Gegend fliegt. So. Ich bin auf der Suche nach den Wüsten. Ich guck mal, ob wir die finden. Weil wir brauchen... Sand. Da wären sogar noch Bienen. Die Bienen müssen wir drüben auch nochmal weitermachen. Da brennt es. Das ist nicht so geil. So, Leute. So werden die Abenteuer in Zukunft aussehen. Freue ich mich. So. Elytra. Ach, die Elytra ist fein. Alles super. Alles fein. Müssen jetzt nur die... Wüsten wiederfinden. Aber wir sind echt schnell unterwegs. Also eine Rakete... Boostet uns um die... Ja, um ungefähr 100 Blöcke. Tatsächlich. Ich versuche mal hier zu landen. Wenn wir ein bisschen hoch gucken, werden wir ein bisschen langsamer. Zappadab. Sehr schön. Wenn wir hier gucken, ob wir hier das Portal gelootet haben. Weil mir sieht es nämlich nicht so aus. Ne, tatsächlich nicht. Was haben wir hier für Verzauberungen? Hier haben wir sogar Mending Verzauberungen. Firecharge. Den Rest brauchen wir nicht. Den Goldblock würde ich schon gerne haben. Vielen Dank. Hier war doch bestimmt irgendwo... Hier ist doch sonst auch mal noch ein anderer Goldblock, glaube ich. Aber ich glaube hier... Ne, hier war nur einer diesmal. Dann lassen wir es erstmal bei dem einen. So, hier war wieder Dschungel. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wo... Hier laufen Kühe. Waren wir hier ursprünglich schon mal? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Hier war ein großer Bambuswald. Und das wissen wir auf jeden Fall jetzt. Uiuiuiui, was denn das? Boah. Heilige Scheiße. Wow. Krass. Das müssten wir uns vielleicht mal vormerken. Als ein Höhlenabenteuer oder so. Da könnte ich ja mal mein... Könnte ich ja mal mein... Tolles Buch mal rausholen. Und das mal aufschreiben hier. So, natürlich müsste ich mal F3 nehmen. In mein schönes Trusted Book. Äh, lelelelelelelele. Wir haben... Geile... Höhle... Dschungel... Bei... 75 63 minus 2189. Es sieht auf jeden Fall richtig geil hier aus. Also hier könnte man vielleicht auch irgendwas cooles hinbauen. So. Ähm. Wenn man da mal looken würde, ob da vielleicht so ein Warden-Ding ist. Ich weiß nicht. Aber das hier gehört glaube ich noch gar nicht zu den neuen Generation, ne? Wenn ich mich da nicht irre. Sollte das Buch natürlich auch wieder zurückpacken. Ich hält. Äh. Ja. Nehmen wir hier kurz mal ne Schulkerbox weg. So. Ja. Ich könnte natürlich jetzt auch hier, äh... Journey Map. Die generiert ja jetzt hier mit. Das kann sie auch gerne tun. Habe ich ehrlich gesagt nichts dagegen. Ich könnte natürlich auch hier, äh... Waypoints setzen. Nö, könnte ich nicht. Weil das Spiel dann abstürzt. Pfff. Äh. Ja, geil. Einen Moment, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So. Äh. Okay. Warum genau durfte ich jetzt keinen Waypoint setzen? Kann ich nicht an, äh... Player Position Waypoint setzen? Waypoints. Neu. Höhle. Moment. Coole Dschungel. Höhle. So. Enabled. Ich mach den aber erstmal aus, damit der jetzt nicht unbedingt angezeigt wird. Wir speichern den hier halt mal. Das kann man jetzt auch alternativ zum Buch halt machen. Aber ich mach's trotzdem auch immer gerne nochmal ins Buch, falls wir den Mod halt irgendwann nicht mehr verfügbar hätten, in Anführungszeichen. Äh... Das ist die Silke. Silke, nimm bitte die Energespit. Danke sehr, Silke. Hast du schön gemacht. So. Äh... Die können wir mal hier hinpacken. Kann ich eigentlich schnell switchen? Ne, kann ich nicht. Das muss ich dann hier im Inventar immer machen. Da wär's glaube ich clever, dass wenn man dann die Netherrides ist, dass wir die hier immer direkt haben. Falls wir mal schnell wechseln müssen. Für irgendeinen, weiß ich nicht, blöden Notfall. Kann ja immer mal passieren. So. Dann schauen wir mal weiter. Irgendwo hier musste es ja Richtung Wüste gehen. Und wenn wir jetzt so unsere Erkundungstouren machen, müssen wir auf jeden Fall in Zukunft gucken, dass wir, ähm, tatsächlich mal die, hier sind auch noch neue Sachen, okay, dass wir mal, ähm, hier, sagt mal, sagt mal bitte für mich hier schnell, dass wir, ähm, ich komm grad einfach nicht, ich hab irgendwie grad ne Begriffslücke, keine Ahnung. Dass wir die Mob-Farm weiterbauen, dass wir da dann unseren, ähm, unsere Gunpowder-Produktion wieder ankurbeln. Na, was haben wir hier dabei? Unbreaking Gold. Was soll ich mit den Goldspitzhacken? Also immer ehrlich jetzt. Was soll ich mit Goldspitzhacken? Möchte mir da jemand einen Blick geben, was man mit der so Tolles tun könnte? Außer sie zu haben und sie wegzuscherbeln. Das ist aber ein sehr kleines Dorf hier, ne? Sehr kleines Dorf. Nur zwei Farmen, ein Eisengole und ein paar Katzen. Kleinstes Dorf, was ich hier gesehen habe. So. Okay, wir sind auf jeden Fall hier in der Wüste. Ich hätte aber gerne noch so'n, irgendwie ein Ort, wo wir, ähm, jetzt nicht, ich sag' mal, ähm, wo es nicht so offensichtlich ist, dass wir da die ganze Scheiße abgebaut haben, wenn ihr versteht. Weil wir brauchen halt schon einiges. Irgendwo wird's dann ja wohl sein müssen, leider. Wo wir uns dann hier mal hinstellen und mal die ganzen, den ganzen Sand mal klar graben hier. Blöd ist, ich glaub', man kann so auf passive Art und Weise Sand nicht generieren. Das heißt, man kann es auch nicht reparieren, wenn's dann einmal so richtig durchgewringelt ist, wenn er versteht. So, ich würd' glaub' ich gleich gerne nochmal schlafen gehen vorher. So, und jetzt rasen wir mal hier durch wie Verrückte. Ähm, ich würd' ganz gerne mal eine Schulka, die werd' ich mal lassen. Die könnten wir vielleicht nochmal gebrauchen. Ender Chests bleiben drin, die kann weg, die kann weg, das kann weg, das, 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 das. Das, ja, eigentlich kann der Sand auch erstmal weg, das brauchen wir grad nicht. Die bräuchten wir schon. Hm. Ja, den Rest bräuchten wir. Während wir hier am rumbudeln sind, zieh' ich natürlich die Ender Rides Chestplate wieder an. Das, falls hier irgendwie Monster dann gleich unterwegs sind, dann wissen wir Bescheid. So, ich würd' dann hier ganz gerne auch schon mal die, äh, Schulka-Boxen mal alle aufstellen. Dass wir hier dann Lagerplatz für den ganzen Sand haben, den wir jetzt holen. Und dann... ...machen wir hier jetzt mal ein bisschen Rambo. Ich versuche irgendwie ein bisschen darauf zu achten, dass wir hier nicht, äh, die Wüste zu verscherbelt zurücklassen. Vielleicht baue ich dann irgendwie nochmal, ähm, irgendwann mal, wenn ich da Lust drauf habe, nochmal irgendwie eine kleine Schicht obendrauf, dass es dann so aussieht, als ob wir die Wüste noch intakt gewesen. Nach unserem... Äh, hier, nach unserem schönen Grabvorhaben. Und dann gucken wir mal, wie viel... Also ich würd' die Schulka-Boxen, denk' ich, schon gerne voll machen. Dann haben wir halt ne richtige... ...haben wir drüben bei uns in dem Haus da... ...gleich auf jeden Fall mal einen richtig fetten Schmelzauftrag vor uns. Weil das meiste hiervon wird dann, denk' ich mal, direkt zu Glas verarbeitet. Vielleicht nehm' ich auch noch mal ein bisschen Sandstein mit, für später irgendwelche Gebäude, die wir vielleicht noch errichten. Achso, ich sollte, äh, schlafen gehen. Stimmt. Ich vergaß. So. Wanns mal eben sterben. Jetzt wär's eigentlich ganz geil, wenn wir, äh, wenn hier ein paar Creeper spawnen. Dann können wir die nämlich, äh... Uh, ich geh' mal schlafen, glaub' ich. Ich geh' mal schlafen, ne? So, Leute. Ich würd' mal sagen, für die Folge ist schon mal Feierabend. Ich werd' dann in der nächsten Folge hier mit dem Sand mal durchstarten. Dann machen wir hier vielleicht noch mal ne kleine... ...Timelapse rein. Und dann... ...würd' ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und... ...bis zum nächsten Mal. Und tschau.